Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genug Diskussion, ich muss es tun Juno? Juno! Sag jetzt was! Vader! Zeigt euch! Juno! Juno, ich bin's! Juno, bitte! Du bist Raders Marionette. Ein Körper, gefüllt mit den Erinnerungen eines Toten. Vader! Was habt ihr mit ihr gemacht? Warum habt ihr die Gefangenen genommen? Stellt euch mir, Feigling! Juno! Juno! Das war's für heute. Deine Rückkehr war doch nur eine Frage der Zeit. Jetzt wirst du dich mir unterwerfen oder du stehst hier, wo du erschaffen wurdest. Oh, oh, oh. Du bist einer von vielen. Du wirst sterben wie der Rest. Vernichtet ihn! Du bist ein Mann. Du bist ein Ding. Ein Experiment. Du bist ein Ding. Du bist ein Schatten deines ursprünglichen Selbst. Du bist ein Ding. Das ist ein Gerüttel. Jetzt. Ich werde dich ersetzen. Wieder und wieder. Drack, nutze deinen Hass. Zerstöre mich. Mein Leben gehört mir. Ich werde dich tausendmal zerstören. Ich werde dich zerbrechen. Du bist ein gescheitertes Experiment. Ich habe dich erschaffen und jetzt zerstöre ich dich. Ich werde dich zerbrechen. Ich werde dich zerbrechen. Ich werde dich zerbrechen. Die Frau ist bedeutungslos. Du bist ein Narr, dich mir allein zu stellen. Diesmal werdet ihr mich hütten müssen. Du brauchst meinen Befehl. Ich werde dich zerbrechen. Oh, 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 oh. Ah! Ich werde immer dein Meister sein und du bist immer ein Starker. Ah! 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 Geht es Ihnen. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Du bist ein toter Mann. Ihr Lügt! Zieh dich um. Du bist ersetzbar. Jetzt. Jetzt. Du bist du. Du bist du. Du bist du. Die 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 Jetzt Du bist ein Narr, dich mir allein zu stellen. Diesmal werdet ihr mich töten müssen. Der Fehler konnte mich nicht töten. Welche Chance hast du da? Ich hab euch schon einmal besiegt, ich tu es wieder! Ich werde dich ersetzen, wieder und wieder. Und doch besiegst du mich nicht, wenn du Jedi spielen willst, meinetwegen. Gehe! 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 Ich will immer dein Meister sein und du wirst immer ein Sklau. Du bist ein toter Macht. Er lügt. Ich werde dich zerbrechen. Tötet ihn. Sieh dich um, du bist ersetzbar. Ich werde dich zerbrechen. Kass! Kass! Nutze deine Kraft! Zerstöre mich! Ich habe dich erschaffen und jetzt zerstöme ich dich. Vernichtet ihn! Kass! 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 Vernichtet ihn! Kass! 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 Achtung! Geht! Wo ist sie? Juno. Reuge dich, oder sie stimmt. Moment, Moment! Ich... ...geräusche euch. Aber lasst sie gehen. Finde und töte, General Cota. Weigerst du dich, stirbt die Frau. Kehre zu mir zurück und gib dich der dunklen Seite hin. Widerstehst du, stirbt sie. Und nach deiner Ausbildung wirst du die Anführer der Rebellen jagen und eliminieren. Versagst du, stirbt sie. No. Sie hält sich nur auf. Sie hält sich nur auf. Ach! Wann? Oh! 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 Erhebe dich darüber. Sie bedeutet nichts. Ihr Tod verleiht ihr Stempel. Nutze sie. Wenn du der Frau folgen willst, meinetwegen. Erhebe dich darüber. Sie bedeutet nichts. Erhebe dich darüber. Erhebe dich darüber. Oh, 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 oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Er hat mir einfach alles genommen. Deine Gefühle für sie sind nicht real. Für mich sind sie das. Halt! Ihr wollt ihn genauso tot sehen wie ich. Ja, aber noch nicht. Wir brauchen die Geheimnisse des Imperiums. Ihr wollt ihn gefangen nehmen? Und in einer geheimen Rebellenbasis befragen. Und wegen Verbrechen gegen die Republik vor Gericht stellen. Und dann exekutieren sie ihn, um der Galaxis zu zeigen, dass sie ihn nicht länger fürchten. Lass ich ihn leben. Verfolgt er mich ewig. Er ist der Einzige, der weiß, ob Starkiller überlebt hat. Tod kann er dir das nicht sagen. Strecke mich nieder. Es ist... Ein Zellengren. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wirklichkeit! 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 Und wirklichkeit! Wirklichkeit! Untertitelung des ZDF, 2020